In der Bibel gibt es den Bericht von einem König, der war grundsätzlich völlig gottlos. Dann hat er ein riesengroßes Fest gefeiert und an diesem Fest hat er Gott verspottet. Plötzlich standen an der Wand geschrieben die Worte, gezählt, gezählt, gewogen und für zu leicht befunden. Da hat Gott zu dem König gesprochen. Am nächsten Tag war der König tot. Was ist wohl das Resultat, wenn Gott dich auf die Waage legt? Hast du dein Leben für ihn gelebt? Hat es irgendeinen Wert für ihn? Weißt du was? Ich bin bereit. Warum? Weil ich so gut gelebt habe. Weil ich nicht gesündigt habe. Nein! Weil ich Jesus Christus als meinen Retter angenommen habe. Er hat bei Gott ein unendliches Gewicht. Willst du nicht auch ihn als Retter annehmen? Dann hat dein Leben Wert für Gott. Wunderschöhn! Wilst du nicht hat! немножко Lust! Amen.